Die Densk-Volke-Partie DEN Für Dänische Volkspartei ist eine rechtspopulistische Partei in Dänemark. Sie wurde 1995 gegründet und arbeitete von 2001 bis 2011 im Dänischen Parlament mit einer liberal-konservativen Minderheitsregierung zusammen. Seit der Wahl 2015 stellt die DF die zweitstärkste Fraktion und stützt eine Wendsteuer-Minderheitsregierung. Politische Positionen Die Programmatik der Densk-Volke-Partie weist sowohl starke konservative wie auch sozialdemokratische Elemente auf. Die Partei vertritt eine dezidiert konservative Wertepolitik, die oftmals mit dem Slogan Gott, König und Vaterland paraphrasiert wird. Die Partei wird in Meinungsumfragen mehr als alle anderen Parteien mit spezifisch dänischen Werten wie Högeligkeit, Geborgenheit und Bescheidenheit assoziiert. Dagegen ist die Sozialpolitik der Partei eher sozialdemokratisch geprägt und auf die Erhaltung des dänischen Wohlfahrtsstaates ausgerichtet. In Dänemark wird die Densk-Volke-Partie oftmals als Bedrohung vor allem für die Sozialdemokraten gesehen. Andere sehen in der Partei jedoch eher eine Bedrohung für die Konservativen, von denen die Partei viele Stimmen gewinnen konnte. Die Densk-Volke-Partie ist globalisierungskritisch und EU-kritisch eingestellt. Zudem tritt sie für strenge Integrations- und Einwanderungsgesetze ein. Unter ihrer Mitwirkung wurde die Einwanderungsgesetzgebung in Dänemark merklich verschärft. Weitere Themen und Forderungen der Partei sind ein kritischerer Umgang mit dem politischen Islam, die Förderung von bürgerlichen Freiheitsrechten, Senioren- und Familienförderung, Tierschutz, Ausbau des Gesundheitswesens und eine Verschärfung der inneren Sicherheitsgesetze. Die Partei vertritt eine dezidiert pro-israelische Politik. Die Initiative Boykott, Divestment in St. Jons wird strikt abgelehnt. Die DF selbst verkündete 2002 in einer Rede von Muggins Kamri, eine Partei des Zentrums zu sein. Als Mehrheitsbeschafferin einer liberal-konservativen Regierung war es der DF zwischen 2001 und 2011 gelungen, eine rigide Migrationspolitik durchzusetzen. Am 10. November 2010 setzte sie gemeinsam mit der liberal-konservativen Koalition und strengere Regelungen für den Nachzug von Familienangehörigen bzw. frisch angetrauten Ehepartnern aus dem Ausland um. Diese Regelungen, die von der sozialdemokratischen Regierung teilweise wieder zurückgenommen wurden, zielten ausdrücklich auf einen Stopp für nicht-westliche Einwanderung ab. Der justizpolitische Sprecher Peter Skarup der Densk-Volke-Partie meinte, Ich bin sicher, dass sie, die Regelungen, bald in vielen anderen Ländern kopiert werden. Ähnlich sah dies auch der liberale Ministerpräsident Lars Locke Rasmussen. Der äußerte, manche sollen ganz einfach nicht rein in unser Land, das ist keine Frage des Alters, sondern der gesunden Vernunft. Seit der Volketingswahl 2015 befindet sich die Densk-Volke-Partie wie schon zwischen 2001 und 2011 wieder in der Rolle einer Stützpartei für die liberal-konservative Windstelle. Seit Sommer 2015 wurde die dänische Flüchtlingspolitik mit den Stimmen der Densk-Volke-Partie erneut erheblich verschärft, wobei viele Forderungen der Partei umgesetzt wurden. Entstehung und Struktur Die Densk-Volke-Partie ging 1995 aus der von Mogens Glistrup gegründeten Fortschrittspartei hervor. Die damalige Parteichefin Pia Kiersgaard verließ mit Christian Thulesen Dahl, Paul Nordgaard, Ole Donauar, die Partei aus Protest gegen die Reaktivierung des provokativ-querulantischen Parteigründers. Die DF übernahm die kritische Haltung gegenüber Einwanderung und der Europäischen Union, ersetzte jedoch die ultraliberale, steuer- und staatsfeindliche Stoßrichtung der Fortschrittspartei durch eine sozialdemokratisch beeinflusste Sozialpolitik. Diese Verknüpfung von nationalem Fürsorgestatt und Einwanderungsfeindlichkeit fand in der Politikwissenschaft die Bezeichnung Wohlfahrtssovinismus. Die frühere Parteichefin Kiersgaard pflegte einen hierarchischen Führungsstil und bestimmte das äußere Erscheinungsbild der Partei maßgeblich mit. Bewerber um die Listenplätze für die Volketingswahl müssen vom Parteivorstand zentral gebilligt werden. Dadurch sollen einerseits innerparteiliche Meinungsverschiedenheiten vermieden werden. Andererseits sollen so rechtsextreme Elemente von der Partei ferngehalten werden. Im August 2006 fielen mehrere Ortsvorsitzende der DF einer verdeckten Recherche der Zeitung Extra Blade zum Opfer. Nachdem sie ihre Bereitschaft signalisiert hatten, ein vorgebliches Mitglied des rassistischen Netzwerkes Denzkfront in die Partei aufzunehmen. Mit Veröffentlichung ihrer Reaktion wurden die Kommunalpolitiker umgehend aus der Partei ausgeschlossen. Im Oktober 2006 wurden weitere neun Mitglieder ausgeschlossen, nachdem sie der Parteispitze ein unfreies Debattenklima vorgeworfen hatten. Andere Mitglieder äußerten ähnliche Kritik ohne jedoch ausgeschlossen zu werden. Die Denzk-Volke-Partie verfügt wie alle Parteien im Volketing über eine Jugendorganisation. Internationale Zusammenarbeit Die Partei pflegt relativ wenige internationale Kontakte. Insbesondere wird auf Distanz zu Parteien in anderen Ländern geachtet, die durch radikale Positionen wie Antisemitismus oder Rassismus gekennzeichnet sind. Im Jahr 2010 wurde jedoch erstmals eine Zusammenarbeit mit den Schweden-Demokraten ins Auge gefasst. Die traditionell israelfreundliche Denzk-Volke-Partie unterhält Kontakte nach Israel unter anderem über die Organisation von Zof Israel. Im Europaparlament ist die Partei Mitglied der Fraktion Europäische Konservative und Reformer. Die DF war von 2002 bis 2007 Mitglied der Europäischen Partei Allianz für das Europa der Nationen und der von 2011 bis 2015 existierenden Bewegung. Für ein Europa der Freiheit und der Demokratie. Ideologie Laut eigener Aussage sei der DF keine bestimmte Ideologie zu eigen, vielmehr vertrete die Partei bestimmte Haltungen ausgehend von der Frage, was Dänemark und den Dänen nutze. Gleichwohl fänden sich in der Programmatik und der praktischen Politik der Partei bestimmte konservative, liberale und sozialdemokratische Elemente. Vogel, Molgard, Nielsen, Rosling, Jensen ordnen die DF als sozialliberal ein. Die Partei nehme eine Position zwischen Sozialdemokratie auf der einen Seite und wenn stehe Konservativen auf der anderen Seite ein. Andere Parteienforscher ordnen die DF als rechtspopulistische Partei ein. Der Politikwissenschaftler Thomas Schubert beschreibt die Position der DF als weichen. Sein Kollege Richard Stöss beschreibt sie als gemäßigten Rechtsextremismus. Die Partei vermeide jede Verbindung zum Neonazismus und pflege keine internationalen Kontakte zur Rechtsextremen. Die Partei sei durch ethnisch-nationalistische Fremdenfeindlichkeit, Anti-Establishment-Populismus, Wohlfahrtsstaatschauvinismus und Nativismus geprägt. Diese Zuordnung ist allerdings in der Politikwissenschaft nicht unumstritten, da sie ein relativ weit gefasstes Verständnis von Extremismus voraussetzt. Der Dresdner Politikwissenschaftler Steffen Kailit schreibt hierzu. Aus Sicht des dänischen Historikers und Holocaust-Experten Terkel Strede von der Universität von Süd-Dänemark begründet jedoch der in den islamfeindlichen Gesetzesvorschlägen der DF von 2007 zutage tretende, extrem fremdenfeindliche Nationalismus sogar eine Verwandtschaft zwischen DF und dem Nazismus. Auch wenn er ausdrücklich feststellt, dass die DF keine Nazis seien. Grundsatzprogramm Das aktuelle Grundsatzprogramm wurde im Oktober 2002 angenommen. Zentrale Aussagen lauten Stärkung der nationalen Souveränität, Bewahrung von Demokratie, Rechtsstaat und Monarchie, Bewahrung der Sonderstellung der dänischen Volkskirche, Garantie der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit, Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung in Dänemark und weltweit, Ablehnung der Europäischen Union, effektive Strafverfolgung und zügige Rechtsprechung, Stärkung des Dänentums im In- und Ausland, leistungsfähiges Sozial- und Gesundheitswesen, Schutz der Familie als Kernzelle der Gesellschaft, Fleiß und Tüchtigkeit müssen sich wieder lohnen, umweltverträgliche Nutzung der natürlichen Rohstoffe, Wahlen. Bei der Volketingswahl 1998 trat die Partei erstmals an und erzielte mit 7,4% der Wählerstimmen 13 Abgeordnetensitze. 2001 konnte sie sich auf 22 Mandate steigern und spielte seitdem eine Schlüsselrolle im dänischen Parlament, während die Fortschrittspartei sämtliche Mandate einbüßte. Bei der Volketingswahl 2005 stieg die DF mit 13,3% zur drittstärksten Partei Dänemarks auf, bei der Volketingswahl 2015 wurde die DF mit 21,1% die zweitstärkste Partei nach den Sozialdemokraten mit 26,3%. Die muslimischen Proteste, Ausschreitungen und Morddrohungen nach den Mohammed-Karikaturen stärkte die Dänzg-Volke-Partie in der Wählergunst. Vor der Volketingswahl 2007 versuchte sich die Partei mit Gesetzesvorschlägen zu profilieren, die teilweise als offen diskriminierend bezeichnet wurden. Unter anderem wollte sie das Tragen von Kopftüchern im öffentlichen Raum. Gebetsräume für muslimische Mitarbeiter in dänischen Firmen und Heilalfleisch in Kindergärten verbieten lassen. Nach einem leichten Stimmenrückgang bei der Volketingswahl 2011 wurde die DF 2015 mit 21,1% stärkste Partei des bürgerlichen Lagers. In mehreren Kommunen im Süden Jütlands und im ländlichen Seeland wurde sie sogar stärkste Partei. Den höchsten Stimmenanteil auf Wahlkreisebene erreichte sie in Abenra mit 31,8%. Bei der Europawahl 2009 erreichte die Partei bei einer Wahlbeteiligung von 59,5% mit insgesamt 357.942 Stimmen 15,3% der Stimmen und damit zwei Sitze. Morten Messerschmidt und Anna Rosbach schlossen sich der Fraktion Europa der Freiheit und der Demokratie an. Rosbach trat allerdings im März 2011 aus der DF aus und zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten über. Bei der Europawahl 2014 wurde die DF bei geringfügig niedrigerer Wahlbeteiligung von 56,3% mit 605.889 Stimmen stärkste Kraft in Dänemark und errang vier Sitze im Europaparlament. Die DF wechselte zur Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten. Mit dem Austritt von Ricke Carlsen schrumpfte die DF-Delegation im Oktober 2015 auf drei Mitglieder. Vorsitzende Christian Thulesendal 2012 minus Sonstiges Nach der Gründung der Dänzg-Volke-Partie 1995 blieb nicht unbemerkt, dass 1941 bis 1943 während der deutschen Besatzung Dänemarks eine Partei gleichen Namens existiert hatte, siehe Dänzg-Volke-Partie. Laut Aussagen der Gründer der jetzigen Partei sei man sich dieser Tatsache nicht bewusst gewesen und halte sie auch für unbedeutend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017